Hi Leute, vielen Dank für die Einschaltung und willkommen zu einer neuen Folge von Was ist das? Wir sehen, ich habe ein neues Paket von GetGoods.de wieder, vielen Dank dafür und jetzt schauen wir uns das doch mal genauer an. Oh, und da sehen wir direkt schon mal was. So, was kann ich euch zu den Tipps sagen? Erstens, es ist das Smartphone mit der ausgereiftesten 3D-Technologie der Zeit. Zweitens, es hat ein 4,2 Zoll großes Display. Und drittens, es handelt sich weder um das HTC Evo 3D noch um das LG Optimus 3D. Also Leute, was ist das?